Ja, hättest du mich jetzt einfach in die Luft jagen können. Kann ich auch so. Nein, kannst du nicht mehr. Ich bin unserer Reichweite. Wie spät ist es überhaupt? Es ist jetzt 2.51 Uhr. Okay. Es ist die Mission schaffen. Also noch eine gute Stunde. Na dann, weiter geht es mit der nächsten Mission. Die fahren ja gerade erstmal runter. Ich wandle dich. Also wer auch immer die KI in diesem Spiel hier programmiert hat, kann echt stolzer sein Leben sein. Oder Azubi. Das war das, was ich weiß. wollten wir was lustiges noch bieten das blüht gerade ihr müsst euch vorstellen ich drifte so linksrum vor der werkstatt vom eingang und sie steigt weil mir die tür fehlt sie steigt aus und fällt voll auf die Fresse so so ich habe vier Sterne ich habe gar nichts gemacht ich habe die ganze Zeit Bomben geworfen warum kriege ich die Sterne und die Lichter Hacker Hacker weil es ein Termin ist ja genau richtiger Kevin ich habe die falsche Einladung angenommen ja ich späne im Wasser auch geil ja alles war zu wieder für Enrico wie immer ich bin beschäftigt war noch mal eine neue einladung leider bin ich aus der kuh rausgeschlug du bist ja eh nicht in unserer kuh dir ist ja wieder fremd du bist ja in der kugel das ding hat nicht meine bezeichnung also dass er nicht was alles bedeutend was sind c5i yt youtube ja ja ich weiß ja jetzt um die kühe umzubringen was für kühe alter du weißt dass eine kuh mit k geschrieben würde ich mit kuh du kannst doch alle als kuhstabel schreiben nein kannst du nicht kannst du nicht mehr dann bringt kühe um tierquäler na und du frisst kühe ist auch kuhfleisch die sind aber dann schon tot ja warum sind kühe denn noch schitzel gemacht wenn man so nicht essen darf ne oder steak na dann auf gehts juli jetzt hängt wieder mal alles rum wäre ja auch schlecht finde ich Alter, hier, wenn die Autos an der Straße Bisschen komisch gerade alles Ich komm gerade, ich komm gerade, ich meine Autos schon Schrott So here it is, blow they meth labs up first, we send you to locations, hit him in any order you like When you done, drive to Truffing Stash over the Stash City, get it hooked onto that trailer full of cars 4x sind kipps That's the hall, alright? Kay's coming around now, here he is Hey Kay, get in here! Hey baby, we're running this job for Chef, or what? Yeah, get over here! Wer nimmt denn Welches, damit wir nicht alle irgendwie jetzt... Ich nehme das ganz hinten! Dann nehme ich das daneben Also ich nehme das hier, was hier in den Hügeln ist Wer nimmt denn das in den Casino? Wer nimmt denn das in den Casino? Ich muss jetzt rein, das ganz oben im Gefängnis Ja, und dann nehme ich das in den Hügeln Ja, und dann nehme ich das in den Hügeln Ja 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 Super, kann man nicht durchschießen, ja 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 Ich brauche mal ins Kontrollfeld, das kann ich gut. Ach, fahren wir dann hier in die Karre in Dreckskai. Oh, Headshot. Also meins ist hinüber in mein Labor. Oh, das ist ja so. Wie war jetzt hier? Ein Parallel? Ich bin gerade mit dem Biker in den Arm. So gerade ist er gekommen. Wie war jetzt hier? Wie war jetzt hier? Ich bin da. Oh, come on, girl. I don't never take a day off getting paid. Wie war jetzt? Wie war jetzt hier? Ich glaube, Kaye ist ein bisschen sweatin' hier. Ich bin nicht sweatin', Baby. Wir sind alle zu spüren von dem Geld. Und hier ist kein größerer Fulgen. Und dann ist ein M." Was ist hier noch? Oder ich bin da. Dann bin ich da. ich habe auch schon mal richtung lkw ich mache die kette, dachte ich mir schon warte mal, ich muss wieder raus ja, du musst raus, sonst gehst du mit wo alles gut ich zieh den tankkasten ich zieh den tankkasten jetzt gehst du nach dem Platz, wo du den Auto parkst so kaputt was kaputt der biker hey, ich wusste, dass du richtig bist für diesen Job wir haben uns ein paar Pater, jahle niemals anzusehen uh-huh der richtige Typ der verrückte mit uns nicht, babe der Truck ist noch da, oder? komm in und komm boah, alter, ich fahr mir aber gar nicht rein zurecht boah, alter, ich fahr mir aber gar nicht rein zurecht ernsthaft, ist mich noch die erste da am lkw, oder was? leck weg doch am Arsch neulich immer muss ich Lkw fahren du bist dafür geboren hm 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 Wie geht es? Müssen wir niemanden erschießen? Enrico? Wir kriegen, ja, da, jetzt auf die Flasche Alter Alter Deswegen habe ich mich umgedreht, dass die halt auf unseren Rücken schießen, da passiert nicht viel mit uns Alter, der liebt immer noch unfassbar Die haben eine Lebensleistung Das ist der Hofer Ja, die verstecken sich da Also ihr müsstet irgendwie auch Das wäre gut, wenn uns die beiden helfen würden Sie ist halt wirklich mit dem LKW gekommen Baby ist wirklich mit dem LKW gekommen Hier Ich habe auch noch einen mit zur Not Warum? Es geht nur mit der Zugmaschine Du schießt dich auf eine andere Region Oh Gott Ja, scheiße, das Auto muss weg Kann jemand das Auto weg machen? Baby, mach das Auto weg Ich muss mich kurz heulen, sonst bin ich tot Okay Ja, wir haben nur ein Leben Wir haben keinen Leben mehr Ja, der eine ist Ja, der eine ist Die sind neben mir gespawnt und direkt Headshot gedrückt Ab den Hänger Ja Jetzt fahren und beschützen Ja, ja, ja Da war ein Stein Läuft bei dir Enrico Boah, dann spawn doch nicht neben mir, Alter Gehen mir nicht alle auf den Sack heute Ja, die Leute spawnen immer neben mir, aber es ist zum Kotzen gerade Kev Gaming schaut jetzt zu Vielleicht ist das auch das Beste momentan Einmal Kino-Modus einschalten Auto, 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 Auto Moment Oh nein, weiter ist ja nicht mehr 2,5 Wurft mal eigentlich schaffen Ja, ja Alter Die FDL war aushalten, ne? Ja Normalerweise schießt du da zweimal drauf, da sind die Vorrat unten Ich will dich drüber fahren, weil die explodieren dann Zivilisten umgebracht BW BW Ich hab's genau gesehen Erstmal die Überschlage gemacht Ja, wir schaffen's Minimale Kondera schreißen Minimale Kondera schreißen Wunderschön haben wir das gemacht Wunderschön haben wir das gemacht Ja Und das hat auch nur 20 Minuten gedauert Und keine zwei Stunden, wie du gesagt hast Ja, das ist ein gutes Zusammenarbeiten irgendwie Also mit den Eddy und den Phridolin Das war so schlimm Jedes Mal ist irgendeiner verreckt Die können nix Ja So wie geht's mir momentan Regelmäßig noch am Verrecken Wegen der Scheiße Wegen Scheiße? Ja Nehmen wir Ich überfahre anscheinend irgendwelche KIs Oder Leute, die eigentlich tot sind Auf der Katastrophe angezeigt wird Stehen wieder auf Und geben dir einen Drücken Einen Headshot oder so'n Scheiße Also bin ich auch gestorben Weil die nehmen ja alles spawnen fuh, Cory fuh, fuh fuh, fuh, fe fuh, fuh fuh, fuh 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 Das lädt aber lange. Ja, aber das ist auch immer. dauert das gerade warum habe ich schon wieder eine lobby alleine jedes mal die war eine decke und kopfkissen die lebenslangen schlafen die lobbies wo er wieder zu mir noch ein ladebildschirm ist mit marcus noch ein level ich bin immer noch in der lobby in der warteschlange mir ist jemand beigetreten und wer ist dies baby jetzt bin ich raus hey wo es bahnst du genau hollabend ist im blauen himmel bild naht du eine spawn-einstellung oder bist du immer in deinem appartement sponsor so ich spawne mal nun in der firma wenn ich noch was bewegen würde der letzter Standpunkt mit anzunehmen ich bin echt fest in diesem bild jetzt gerade gefühlt so fühlt sich nicht mehr ich muss das spiel starten aufgaben mit anzunehmen 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 mit anzunehmen